Die Zukunft, die ich mir vorstelle, ist eine Welt, wo alle Menschen die gleichen Chancen haben, den gleichen Zugriff auf Ressourcen haben und in der alle Leute teilhaben können an einer intakten Umwelt und an einer gerechten gemeinsamen Gesellschaft. Dann war was. Wir wollen uns mit jungen Menschen vernetzen, die ebenfalls ihre politische Stimme Gehör verschaffen wollen und wir wollen vor allem einfach Diskussionen führen über wie wir eben eine Zukunft schaffen können und wie wir eine Welt schaffen können, in der wir alle irgendwie zufrieden leben können. Es ist auch wichtig, dass es eine Partei gibt, die sich dafür einsetzt, dass alle die gleichen Chancen haben, ihr Leben so zu leben, wie sie es selber wollen und aber nicht vorschreibt, wie das sein soll. Mach mit, komm mit, sei dabei, einfach mitreden. Die Neuen Grünen.